Das Hauptüberlebensziel in der Minecraft-Welt ist es, den Enderdrachen zu besiegen. Aber das Problem ist, dass er ein Noob ist und jeder ihn besiegen kann. Für die nächsten 100 Tage ist meine Aufgabe allzu deutlich anspruchsvoller. Ich habe vor, aus der Ice and Fire Mod einen ganzen Zoo einzigartiger Drachen zu erschaffen. Mein Ziel ist es auch, meinen eigenen Drachen zu züchten, der hunderte, wenn nicht tausende Male gefährlicher sein wird als der Enderdrache. Um dies zu erreichen, musste ich hunderte von Kilometern laufen, unter der Erde graben und mehr als 30 Stunden in Echtzeit verbringen. Macht's euch also bequem, denn ihr werdet gleich Zeuge der härtesten Survival-Serie werden. Okay, wir sind also in einer neuen Welt aufgetaucht. Schauen wir uns zunächst einmal an, was sich hier befindet. Oh, noch keine Drachen, nur eine Art geflügeltes Pferd. Hallo, hallo? Bist du freundlich oder was? Ha, ist tatsächlich süß. Was? Ich wollte ihn begrüßen und er begann sofort zu picken. Komm schon. Oh, zum Glück, es gibt ein Nether-Portal. Lasst uns die Truhe plündern, es gibt eine Axt, Stiefel und eine Uhr. Nun, jetzt bin ich mega geschützt. Lasst uns etwas Holz sammeln und etwas zu essen besorgen. Und was, du, nochmal? Du stalkst mich in jeder Folge. Nun, ich mache das jedes Mal. Während ich die grundlegenden Werkzeuge sammle, möchte ich euch von unserem Plan für heute erzählen. Es gibt hier also insgesamt zwölf Drachenarten, jede mit ihren einzigartigen Fähigkeiten. Um sie einzusammeln, müssen wir ein Drachenei finden, besiegen und zerstören. Dann werden wir alle Drachen in einem epischen Drachenzoo unterbringen. Und zum Nachtisch möchte ich meinen eigenen Drachen großziehen und ihn so mächtig wie möglich machen. Aber im Moment habe ich nur diese Werkzeuge. Okay, lasst uns unter der Erde graben, um Eisen und vielleicht ein paar Diamanten zu finden. Ja, es gibt eine Höhle und hier gibt es sogar Eisen. Schön. Ha, ich habe sogar das Glück, Kohle zu finden. Also packen wir es an und... Und... Oh, meine Spitzhacke ist gerade kaputt gegangen. Es scheint, als wäre es an der Zeit, in das Eisenzeitalter einzutreten. Hier gibt es auch ungewöhnliches Erz. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Ach, kaum überlebt. Und es scheint Silbererz zu sein. Verschwinde, grünes Biest. Und Leute, warum seid ihr so viele? Nun, Zeit zu fliehen. Ah. Ah. Oh, wer zum Teufel bist du? Ah. Puh, verdammt. Was verdammt ist dieser Teufel? Also hier, es scheint, als würde er mich nicht sehen. Und er sieht aus wie ein Troll. Okay, ich hoffe, dieses Biest sieht mich nicht und wir schaffen es alle, Diamanten einzusammeln? Hab sie. Verdammt, er hat mich gesehen. Geh, einfach weggehörter Riese. Also ging ich als nächstes zu meinem... Hey, wer zum Teufel bist du? Ledertyp? Also ging ich als nächstes zu meinen Diamanten. Naja, nicht nur Diamanten, sondern auch Zombies. Ja, in dieser Mine hab ich eine Truhe gefunden und hier haben wir... Lapislazuli? Mist. Als nächstes hab ich einen Zombiespawner kaputt gemacht. In der Truhe war fast nichts, kommen wir also nur zur anderen Seite. Oh, verdammt, verdammt. Nein, 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 nein. Das war definitiv nicht die beste Idee. Außerdem hab ich ungewöhnliches Kupfer gefunden, versuchte es zu schmelzen. Ja, ich hab herausgefunden, dass man daraus einen Helm machen kann, der... ...wahnsinnig gruselig aussieht. Alter! Also hab ich den Helm in den Müll geworfen... ...und eine Rüstung hergestellt, die viel cooler ist. Ich hoffe, du explodierst. Verdammt, Alter. Dann hab ich mir Diamantwerkzeuge gemacht und lass uns hier verschwinden. Ist nicht so einfach, hier rauszukommen. Verdammt, verdammt, ich hab nur noch zwei Herzen übrig. Nein, 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 warum bist du so wütend? Hast du gesehen, wie geschickt ich dem ausgewichen bin? Endlich bin ich aus dieser Höhle heraus. Ah, was, 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 was ist das? Was zum Teufel ist dieser Nymphensittich? Ja, verstanden. Es gibt einen Kerl, den man besser nicht ansehen sollte. So abscheulich ist er. Lasst uns etwas zu essen besorgen. Nun ja, und etwas Holz für unsere zukünftige Basis sammeln. Scheint, als gäbe es einen Außenposten der Plünderer. Moment, ist das ein verdammter Drache? So traf ich meinen ersten Drachen. Hier herrscht eine eigene, gemütliche Atmosphäre. Und was, wo zum Teufel fliegst du hin? Oh, 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 wie zum Teufel hat er mich gesehen? Er schafft es sicher nicht, mir unter Wasser zu folgen. Ja, ich bin gelöscht, aber das Drachenproblem bleibt ungelöst. Nimm das, du Idiot. Na, wie ist das? Gefällt dir das? Oh, sehr gruselig, sehr gruselig. Lass uns rennen. Ja, ich glaube, ich habe eine Unterwassertaktik gefunden. Er kann nichts tun. Geben wir ihm also ein paar tödliche Schläge. Nimm das, du Mistkerl, und das! Ich verstecke mich tapfer unter Wasser. Na, hallo, lieber süßer Drache. Wie geht es dir? Naja, irgendwie habe ich ihn verloren. Oh, da ist er. Kühe essen. Okay, es ist schon Nacht und der Drache scheint tot zu sein? Oh, nee, warte. Er ist nur müde und schläft. Passen wir also auf, dass wir ihn nicht aufwecken? Ah, ah, verdammt, verdammt. Blutige Hölle, direkt zwischen deinen Augen. Alter, leg dich nicht mit mir an. Ich kann mich wehren. Ah, verdammt, er hat wieder angefangen, Feuer zu spucken. Autsch, autsch, verdammt, und diese Dummies. Leute, verdammt, ich habe hier einen Drachen. Verschwinde, Grüner. Verschwinde, Grüner. Also, warum liegst du da? Aufwachen. Verstanden, wir kümmern uns aus der Ferne um dich. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Er hat nur noch sehr wenig HP übrig. Ah, er ist gestorben. Hau ab. Nun, es war unser erster Drache. Mal sehen, was dabei herauskommt. Hier gibt es also eine ganze Menge Zeug. Und was ist das? Ein Schädel? Hey, sieht gut aus. Sammeln wir also diese Drachenschädel, um am Ende ein ganzes Museum zu bauen. Okay, wir nehmen alle Drachenschätze. Gold wird auch nicht schaden. Nun, ich habe absolut alles genommen. Also begann ich am nächsten Tag damit, alle notwendigen Materialien für unsere Drachenbasis zusammenzutragen. Ich denke, diese Gegend hier ist perfekt für uns. Also habe ich hier provisorische Truhen gemacht. Nun ja, und ich fuhr fort, Ressourcen zu sammeln. Ich habe ein weiteres Portal im Nether und ein Piratenschiff gefunden, aber die Beute hier ist nun ja ziemlich enttäuschend. Es ist, als ob sogar die Suppe schlecht schmeckt. Dann habe ich die Werkzeuge zumindest mit einigen Verzauberungen verzaubert. Zuerst fing ich an, das Gebiet von Mods zu befreien. Wo schießt du, Idiot? Was? Was? Eine Musik-CD ist runtergefallen. Boah, das ist ein unglaublich seltenes Ereignis. Lasst uns nun den gesamten Bereich nivellieren. Und es ist geschafft. Also bauen wir für jeden Drachen eine schöne Basis und etwa zwölf Gehege. Und am Ende dieses Videos werden sie alle hier leben. Ich bin wirklich gespannt, wie es ausgehen wird. Ohoho, hier kommen die Plünderer. Leute, ihr braucht besseres Training. Nun lasst uns etwas Stein schmelzen und schließlich unsere Basis errichten. Jetzt müssen nur noch alle Truhen bewegt werden. So sieht unser zweiter Stock aus. Lasst uns auch etwas Weizen anpflanzen und vergesst nicht die Wege. Und lasst uns ein paar Hühner hierher bringen. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Nun, unsere Basis ist ziemlich cool geworden. Endlich ist es Zeit, Drachen zu jagen. Die ersten vier Drachen sind also Feuerdrachen. Sie sollten die einfachsten und gebräuchlichsten sein. Nun, ich habe bereits eine Eisenrüstung, aber ehrlich gesagt, ist sie nichts für einen Drachen. Mein Ziel ist es also, Rüstungen aus Drachenstahl herzustellen. Einem sehr starken Material, das sogar noch stärker als Netherite sein sollte. Um diesen Stall herzustellen, benötigen wir Drachenblut und die sogenannte Drachenschmiede. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber ich denke, wir werden es später herausfinden. Ich muss also ein paar Drachen töten, aber ich denke, es lohnt sich. Nun, machen wir uns bereit für einen Drachenangriff. Also habe ich alles Notwendige hergestellt und alle Rüstungen und Waffen verzaubert. Filmisches Anziehen. Und los geht's auf die Suche nach Drachen. Ah, wo zum Teufel ist der Drache? Vielleicht hier in der Nähe? Ja, ja, ja. Er scheint... Er ist wirklich hier. Ups. Oh, er ist so riesig. Ich könnte all diese Creeper völlig explodieren lassen. Da bin ich mir nicht sicher, aber lasst uns... Nehmen wir ihn. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, ängstigend... Oh, nein, 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 nein. Komm schon, kleiner Drache, lass uns kämpfen. Ah, wohin rennst du? Oh, verdammt. Damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Komm zurück. Ah, ah, nein, 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 nein. Es tut mir leid für jeden Pfeil, den ich auf sie geschossen habe, Sir. Ups, Entschuldigung. Alter, ich bin damit fertig. Wie lange werde ich dich noch verfolgen? Ich verstehe nicht, was mit diesem Drachen los ist. Er ist einfach eingeschlafen. Ach, nee, nee, nee. Warum bist du so nah dran? Hey, hey, hör auf. Ah, verdammt. Ah, komm schon, stirb schon. Du machst mich verrückt. Autsch, endlich und... Ah, nein, er hat angefangen. Okay, lasst uns diesen Riesen plündern. Oh, ja. Er ließ ein rotes Ei fallen. Oh, lasst uns hier verschwinden. Warte, was? Warum gibt es so viele Mobs? Diese vom Drachen fallen gelassenen Schuppen, aus denen wir Drachenrüstungen herstellen können. Ah, Alter, warum brauchst du unter Wasser eine Angelrute? Okay, ich werde dir helfen, damit du keine Schwierigkeiten hast. Die Herstellung dieser Rüstung ist äußerst einfach, also lasst uns eine Drachenrüstung herstellen. Wow, ich möchte sagen, es sieht mega episch aus. Die sollte einen besseren Schutz bieten als eine Diamantpanzerung. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie unser erster kleiner Drache aussehen wird, also lasst uns schnell zur Basis zurückkehren. Unterwegs fand ich eine Art Friedhof. Hier gibt es also ein paar Türen und etwas, äh, ein Skelett. Und in der Truhe ist... Oh, was, was ist das? Wer bist du? Was bewacht ihr da? Da ist nichts. Oh, ein Bettler. Nun, als nächstes kehrte ich zu unserer Basis zurück und begann einen Platz für unseren ersten kleinen Drachen vorzubereiten. Oh, obwohl, weißt du, zuerst werde ich ein Nickerchen machen. Ich denke, so viel... Oh, wie zum Teufel ist das passiert? Ich denke, hier ist genug Platz für ihn, da ich neben mir noch zwölf weitere Drachen unterbringen muss. Nun, lasst uns endlich unseren ersten Drachen ausbrüten, aber der Prozess ist nicht so einfach. Da dieser Drache feurig ist, verstehe ich, dass wir hier ein Lagerfeuer anzünden müssen. Leider gibt es an der Basis kein Feuer, aber im Nether gibt's auf jeden Fall welches. Grüner, nein! Also, lasst uns Obsidian sammeln und ein Portal bauen. Und bevor ich mich auf den Weg in den Nether machte, beschloss ich einen Satz, Drachenschuppenrüstung fertigzustellen. Und so sieht die Rüstung in ihrer Gesamtheit aus. Also machen wir uns auf den Weg in den Nether und besorgen Materialien für das erste Drachennest. Verdammt, diese dreckigen Schweine sind so nervig! Nein, nein, hau ab! Hier haben wir also eine Netherfestung, also habe ich mich um die Dorfbewohner gekümmert und auch Nethersteine gesammelt. Oh, was? Wahnsinnig! Ihr seid fantastisch! Okay, lasst uns zurückgehen. Puh, das war sehr knapp. Nun können wir zurückgehen, lasst uns alle notwendigen Blöcke herstellen und endlich mit dem Bauen beginnen. Hau ab! Also lasst uns einen Platz für den kleinen Drachen schaffen. Fahren wir nun mit dem Einpflanzen des Eies und dem Anzünden fort. Schau, der Prozess hat begonnen! Lasst uns hier etwas zusätzlicher Heizung hinzufügen, damit ihm auf jeden Fall nicht kalt wird. Autsch! Ich verstehe, dass dies ein sehr langsamer Prozess ist, also lasst uns schnell nach anderen Drachen suchen. Aber vergesst nicht, dass wir für die supermächtige Drachenrüstung noch Drachenblut benötigen. Also lasst uns ein paar Glasflaschen basteln. Nun, ich hoffe, wir finden hier irgendwo einen Drachen. Dort sehe ich ein antikes Museum, das nur von Schildkröten bewacht wird. Also hallo, irgendjemand zu Hause? Hier gibt es eine Menge Hebel und ich habe beschlossen, sie auszuprobieren. Und voilà, es scheint, als hätte ich einen Pass geöffnet. Lasst uns vorsichtig absteigen. Was sind alle, was ist das? Er sieht aus wie ein Enderman, wurde aber zu Stein. Er schreckt mich doch nicht einmal so. Wer wohnt also hier? Gurgonen? Nein, nein, zur Hölle damit! Ich möchte mich wirklich nicht in Stein verwandeln. Als nächstes beschloss ich, ein Dorf in der Nähe zu besuchen. Uh, es scheint, als hätte ein Drache es angegriffen. Oh, schau, dieses Arschloch zerstört einfach alles, was ihm in den Weg kommt. Oh, verdammt, er scheint mich bemerkt zu haben. Hey, warum kämpfst du? Beruhig dich! Ich werde dieses Dorf retten. Verschwinde! Okay, wir müssen noch etwas Drachenblut von ihm bekommen. Ah, ähm, okay, ich verstehe. Es scheint, dass es nicht funktioniert. Ah, okay, Alter, versuch, in die Flasche zu atmen. Was? Warum hast du einen ganzen Block auf mich geworfen? Um es zusammenzufassen, ich habe diesen Drachen sagt zum Teufel damit. Okay, ich mache Witze. Ich kann die Dorfbewohner nicht einfach in Schwierigkeiten lassen. So ist der kleine Drache besiegt und dieses Dorf erfolgreich gerettet. Jetzt können die Dorfbewohner ruhig schlafen. Okay, jetzt versuchen wir an sein Blut zu kommen. Stechen wir mit der Flasche rein und so haben wir das Drachenblut. Von so einem kleinen Drachen fielen nur vier Flaschen. Mir ist aufgefallen, dass diese ungewöhnlichen Blumen auf der ganzen Welt wachseln. Also habe ich beschlossen, sie zu sammeln, weil sie cool aussehen. Wie auch immer, lasst uns nach den nächsten Drachen suchen. Hä? Was ist denn das für ein Geschöpf? Es sieht aus wie ein Drache, aber unter Wasser. Solange ich am Ufer bin, kann dieser Wurm nichts tun. Kommt zurück, verdammter Fisch! Also, ist es es? Ja, es fielen ein paar Zähne und eine rote Schuppenschicht weg. Zählen wir das als Drachentötung. Nach einer Weile fand ich nicht nur einen, sondern zwei Drachen. Lass sie uns fangen. Oh, hallo! Nimm ein paar Samen. Lass uns gemeinsam gehen und diese Drachen besiegen. Oh, wow! Hier sind fünf Drachen. Verdammt, zieh dich zurück! Du bist kein Drache! Sogar ein Papagei versucht uns zu helfen. Alles klar, runterkommen. Was fliegst du da oben? Oh, ich hab einen. Moment, ist das wirklich ein Drache? Sieht eher aus wie ein Vogel. Nimm das! Nein! Ich hab meinen Papagei getötet! Es liegt alles an dir, Idiot! Nimm das, Bastard! Nimm das! Ich konnte ihm nicht einmal einen Namen geben. Das Lustige ist, dass es nicht einmal ein Drache war. Er ließ Federn fallen. Genau wie unser Papagei. Lasst uns eine Blume zu seiner Erinnerung pflanzen. Okay, aber es gibt immer noch ein Problem. Ich hab immer noch keine Drachen gefunden. Ich hab es so satt, nach dem verdammten Drachen zu suchen. Nun, danach hab ich ihn einfach mit Pfeilen gespickt. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als den Löffel abzugeben. Mal sehen, welche Beute wir von diesem Riesen bekommen haben. Und, aha, ein grünes Ei ist gefallen. Das bedeutet, dass wir nur noch zwei feurige Drachen davon entfernt sind, die gesamte Sammlung fertigzustellen. Also ging ich schnell zurück zur Basis, um meine Vorräte aufzufüllen. Dann setzte ich meine Suche nach den Feuerdrachen fort. Lass es uns ausgraben. Hey, was? Wo gehst du hin? Verdammt! Also gut, lasst uns diesen unterirdischen Drachen plündern. Und er hat keine Eier fallen gelassen. Als nächstes besuchte ich sein Nest, aber die Beute war Müll. Sind das Socken? Aha, was? Ich hab versehentlich eine Herausforderung abgeschlossen. Ähm, ich war abgelenkt. Wir müssen noch zwei weitere Eier finden. Also streifte ich umher und suchte nach Drachen. Und irgendwann hörte ich seltsame Geräusche unter der Erde. Lass uns runtergehen und sehen, was los ist. Wie komm ich da runter? Lass uns das versuchen. Uah! Herrgott! Das ist nicht das, was ich meinte. Was? Uah! Was zum... Nun müssen wir die Quelle dieses gruseligen Geräusches finden. Ah! Autsch! Hallo, Alter. Was zum Teufel? Autsch! Kannst du nicht so laut sein? Nun, ich möchte das wirklich nicht tun. Aber ich brauche dein Drachenei. Gib es her! Und wieder einmal kommt mir der Mangel an Intelligenz bei diesen Drachen zugute. Ah, verdammt! Er steckt wieder fest, also machen wir es wie gewohnt. Verstanden. Das liegt daran, dass du weniger essen musst. Dann würdest du hier nicht hängenbleiben. Okay, lasst uns diesen zahnigen Unruhestifter plündern. Hoffentlich fällt das Ei endlich für mich. Oh, ja, ja, ja. Es ist ein schwarzes Ei. Oh, da ist ein schwarzes Ei. Oh, was zum... Ich bin völlig angeschlagen, aber immerhin habe ich das Ei bekommen. Also sammelte ich mit Freude im Herzen die Goldmünzen ein, segelte zurück zur Basis und begann, Nester für unsere kleine Drachen zu bauen. Wir werden auch viele Materialien aus dem Nether brauchen, also lasst uns loslegen und sie sammeln. Hä? Ah, richtig. Ich habe den Seidengriff vergessen. Und dann passierte das Unmögliche. Denn der Zauber fiel beim ersten Versuch. So verlief der Prozess. Viel besser. Vergessen wir auch die anderen Materialien nicht? Oh, ein paar schwarze Knochen. Nun, wir haben die Materialien, also lasst uns bauen. Oh, unser kleiner Drache ist geschlüpft. Hey, wohin gehst du? Warte, warte, warte. Er ist so winzig, dass sogar ein Block hoch für ihn ist. Oh, er ist so süß. Ich mag ihn wirklich. Besonders, wenn er mich nicht in Brand setzt. Wie dem auch sei, schnell noch das Netherite platzieren. Fertig. Ja, wir haben ein kleines Problem. Dieser kleine Unruhestifter versucht zu fliehen. Kleiner, wohin gehst du? Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also suchte ich im Internet nach einer Möglichkeit, das Problem zu beheben. Es stellt sich heraus, dass es dieses Problem mit allen Informationen gibt, die wir brauchen. Wir haben eine Menge dieser Manuskripte, also lesen wir, was darin steht. Aha, also brauchen wir dieses Ding, um unser Buch zu verbessern. Und hier steht, dass wir einen Drachenstab herstellen müssen. Mit diesem Ding können wir ihm nun befehlen, verschiedene Aktionen auszuführen. Also brachte ich den kleinen Drachen in seinen Käfig. Viel besser. Nun, ich habe auch zwei weitere Eier in das Buch gepflanzt. Ich habe Informationen darüber gefunden, wie man Drachenfutter zubereitet. Ich wurde neugierig und beschloss, es zu kochen. Und jetzt biete ich euch an, auszuprobieren, was ich gekocht habe. Wie gefällt's dir? Wow, er wächst schnell mit diesem Futter. Hey, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben was Ordentliches gekocht. Und er ist satt und schläft. Versuchen wir ihn noch größer zu machen. Wow, er wächst schnell. Wow, auch der Kleine ist geschlüpft. Schaut euch dieses kleine Grüne an. Bringen wir ihn nach Hause. Und der Graue scheint irgendwie entkommen zu sein. Da ist er, ich habe ihn gefunden. Nun, ich denke, die größeren Drachen passen hier nicht hin. Also lasst uns alle anderen Drachen auf ungefähr diese Größe wachsen lassen. Aber lasst uns versuchen, den Drachen unendlich zu füttern und zu sehen, ob er platzt. Hier geht es um das geflügelte Pferd. Und es stellt sich heraus, dass wir diese Hippogreife mit Hasenfüsten zähmen können. Ich habe mich auch für den Abschnitt über Drachenöfen zum Basteln interessiert und benötige ganze fünf Stapel Drachenschuppen. Um den Prozess zu beschleunigen, habe ich beschlossen, Waffen aus Drachenknochen herzustellen. Hallo Skelett, es ist eine Ehre für Sie, diesen Bogen testen zu dürfen. Hoho, was? Mit diesem Bogen werde ich schnell Materialien für die Schmiede sammeln. Okay, und hier ist dieser Typ. Alter, nochmal, geht's dir gut? Gut, ich beschloss mich mit ihm anzufreunden und sammelte ein paar Hasenpfoten. Okay, ich hoffe, du pickst mich nicht. Versuchen wir stattdessen folgendes. Äh, wo gehst du hin? Versuchen wir es noch einmal. Oh, es scheint funktioniert zu haben. Endlich habe ich einen Freund. Jetzt müssen wir diesen pummeligen Kerl irgendwie ans Ufer bringen. Äh, was, was zum... Bruder, pick mich bitte nicht. Ah, verstanden. Okay, ich habe zufällig einen Sattel für dich. Lass es uns versuchen. Oh, ich kann fliegen! Auf diese Weise wird die Suche nach Drachen viel einfacher. Ja, tatsächlich habe ich sofort einen anderen Drachen gefunden. Also, lasst uns absteigen. Äh, verdammt. Ich bin immer noch nicht gut darin, dieses Ding zu kontrollieren. Interessant, wie viele Schüsse mit diesem neuen Bogen braucht man, um einen Drachen zu töten? Ja, und bam, bum, bam, bam, bum, bam, bum. Okay, das ist es. Nur sieben Schüsse. Haha, unglaublich. Lasst uns plündern und nach dem nächsten suchen. Und hier ist schon ein Nest. Lasst uns in der Nähe parken. Oh, das habe ich noch nicht herausgefunden, aber ich sehe schon einen anderen Drachen. Lasst uns ja auch diesen Glitsch-Drachen plündern. Wow, haha. Diese beiden müssen nicht einmal getötet werden. Sie sind sich nicht einig. Nun, lasst uns zurücklehnen und beobachten, wer diese Schlacht gewinnen wird. Und ja, der graue Drache hat mal einen Pfeil gewonnen. Wie auch immer, lasst uns weiterfliegen. Oh Gott, es gibt so viele Drachen in diesem Tal. Schau, ich entdecke noch einen. Ich weiß nicht einmal, was mit ihm passiert ist. Ich denke, es ist klar, was mit ihm passieren wird. Ups. So, wohin gehst du? Als nächstes machte ich mich auf den Weg zurück zur Basis, sah aber ein weiteres Nest. Ja, dieser Drache sieht aus wie ich, weil er den ganzen Tag geschlafen hat. Hä, was? Ah, worüber zum Teufel ist er so wütend? Nein, 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 nein. Stipp, 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 stipp. Bitte, 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 nein, 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 nein. Puh. Puh. Der war viel stärker als die vorherigen. Und er ist immer noch klein. Wir brauchen unbedingt deine Drachenstahlrüstung. Lasst uns gehen und sie basteln. Übrigens habe ich vergessen, dir einen Namen zu geben. Seidenschnabel, genau wie dieser Typ aus Harry Potter. Okay, jetzt lasst uns Materialien für den Drachenofen herstellen. Okay, fangen wir mit dem Bauen an. Verdammt, das hier ist extra. Oh, endlich. Das hat so viel Zeit gekostet. Okay, jetzt Knochenblöcke. Werfen wir einen kurzen Blick in das Buch. Hier der Ofen, Steine herumlegen. Fertig. Lasst uns auch diese Mauern und Ketten für den Drachen machen. Jetzt brauchen wir den kleinen Drachen, also lassen ihn jetzt frei. Ich hoffe, er gurrt. Ähm... Oh Mist. Damit habe ich sicher nicht gerechnet. Warte, was macht er? Ah! Unser kleiner Drache findet, dass es so viel besser aussieht. Am Abend beruhigt er sich endlich und es gelang mir, ihn einzufangen. Jetzt lasst uns irgendwo parken. Fessen wir ihn mit Ketten, damit so etwas nicht noch einmal passiert. So, nun ist angeblich alles geklärt. Versuchen wir zum Schluss, Drachenstahl zu schmelzen. Oh, okay. Ich hoffe, das soll so. Warten wir noch ein bisschen und... Der erste Barren ist an Ort und Stelle. Also, lasst uns einen Haufen Drachenstahl schmelzen. Naja, endlich lasst uns diese Drachenrüstung herstellen. Also, äh, es ist fertig. Wir haben immer noch eine Flasche Blut übrig, also habe ich beschlossen, auch das schwer zu verbessern. Irgendwie sieht das alles cool aus. Und jetzt testen wir das Ganze an den Drachen. Wir haben eine unerledigte Aufgabe, das letzte Ei eines Feuerdrachen zu beschaffen. Oh, verdammt. Meinst du das ernst? Noch ein schwarzes Ei? In derselben Höhle gab es ein Nest eines orangefarbenen Drachen. Und bitte, bitte... Puh, so. Das vierte orangefarbene Ei fiel heraus. Lasst uns die vierte feurige Plattform bauen, das Ei einpflanzen und während es wächst alles hier ein wenig aufpeppen. Haha, endlich ist der letzte Drache geschlüpft. Lasst uns etwas Drachenfutter besorgen und diese Eier ausbrüten. Haha, hoppla. Was ist das für ein Pokémon? Warte, ist das nicht der Hahn, den man nicht anschauen sollte? Äh, wie auch immer. Lasst uns noch ein paar Wege bauen. Nun, endlich ist der erste Abschnitt der Feuerdrachen fertig. Kommen wir nun zu den Eisdrachen. Wir sind ihnen noch nicht begegnet, weil sie in verschneiten Biomen leben. Und hier haben wir einen riesigen Kohleblock. Ich komme nicht rein, also egal. Anscheinend habe ich das erste Eisdrachennest gefunden, aber es scheint, als wäre er nicht zu Hause. Oh, verdammt, es ist wieder diese verdammte Schlange. Verdammt, lasst uns springen, aussteigen, raus hier. Nun ja, und hier ist der Drache. Verdammt, er frisst Bären. Komm her. Was machst du da? Steckst du fest oder so? Äh, warte, ähm, er ist tot. Okay, ich denke, wir können jetzt gehen. Hau ab! Hau ab, verdammter Fisch, verfluchter Fisch, weg von mir! Es scheint, dass diese Schlange unseren Drachen gebissen hat, also nehmen wir unsere Beute. Und, oh, 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 yeah! Dieses Ei war wahrscheinlich am einfachsten zu bekommen. Leider hatten wir noch keine Gelegenheit, das Feuer schwer zu testen. Lasst uns schnell nach Hause zurückkehren und das Ei pflanzen. Eisdrachen müssen im Wasser gezüchtet werden, also graben wir zuerst ein Loch. Und bumm. Äh, sieht aus, als würde es funktionieren. Okay, der Prozess hat begonnen. Jetzt lasst uns hier alles mit einem Zaun absperren, damit er nirgendwo hingeht. Und unser Nymphensittich ist gewachsen und das war's für die Neuigkeiten. Nun, während der kleine Drache wächst, machen wir uns auf die Suche nach anderen. Oh, oh, und wer bist du? Geh weg! Oh, eine ganze Armee von White Walkers. Wow, die sind unglaublich schnell verlaufende Kühlschränke, echt unglaublich schnell. Wie auch immer, lasst uns von diesen zwielichtigen Kerlen davon laufen zum Teufel mit ihnen. Oh, schnell, schnell! Oh, verdammt, Grüner, du auch! Geh weg, geh weg! So, es scheint, ich bin diesen Kerlen entkommen. Was? An Drache? Ich hätte nicht gedacht, dass ich in der Luft gegen dich kämpfen müsste. Ah, ouch, es ist kalt, es ist kalt, ah, sehr kalt, ah, nein, 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 hau ab! Oh, er ist gestorben. Vielleicht wird also wenigstens ein Ei droppen, ähm, diesmal scheint es nicht so zu sein. Aber hier ist ein Nest, mal sehen, was hier ist. Eine Kette, noch mehr Eisen- und Spinnennetz? Wie auch immer, nichts Wertvolles. Okay, und hier haben wir ein Dorf mit einer sehr eigenartigen Architektur. Wahrscheinlich praktisch für Sie, Sie haben hier eine Art Käfig gebaut. Nun ja, drinnen ist ein Buch und noch eine ganze Menge Manuskripte. Später fand ich einen weiteren kleinen Drachen. Ahem, danke für den erfrischenden Atem. Okay, lass uns weglaufen, große Sprünge. Oh, ich bin ein bisschen eingefroren. Okay, lass uns das beenden. Ja, 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 ich verstehe, unangenehm, aber... Pui, wir müssen... Autsch, Autsch, Autsch! Haha! Oh, ich bin aufgetaut. Ich liebe es, Thronen zu öffnen, aber hier ist Quatsch. Mal sehen, was das ist. Und aus dieser Puppe ist auch kein Ei rausgefallen. Ah, oh, ah, oh, ah! Also habe ich einen anderen Drachen gefunden. Da krabbelt er. Ja, 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 naja, und... Naja, der Drache hat für seine Arbeit gebrannt. Also plündern wir wieder. Und wieder hatte ich Pech, weil das Ei nicht gedroppt ist. Ich fange an, mir Sorgen zu machen, denn die Zeit... Es bleibt nur noch wenig Zeit. Also los geht's, der nächste Drache. Ich hoffe, dass dieser wenigstens ein Ei fallen lässt. Komm schon, Kumpel, komm her und... Bye! Naja, wop, wop. Und auch hier wieder kein Ei. Oh, ich bin ein bisschen müde. Also habe ich beschlossen, zur Basis zurückzukehren. Oh, und seht, hier ist der erste Schneedrache geschlüpft. Geben wir ihm gleich leckeres Essen. Wir sollten jetzt genug Materialien haben. Also beschloss ich, nicht zu zögern und sofort einen Eisofen zu machen. Bauen wir ihn hier neben dem feurigen auf. Und er ist fertig. Also, was? Lasst uns gehen, kleiner Drache. Wir machen uns jetzt an die Arbeit. Vergessen wir nicht, ihn zu fesseln. Nun, der Ofen funktioniert. Oh, verdammt, er hat das Eisen eingefroren. Und dann wurde mir klar, ich bin ein völliger Idiot. Denn die ganze Zeit über habe ich kein Drachenblut gesammelt, das für die Herstellung von Drachenstahl benötigt wird. Also verbrachte ich die nächsten Tage damit, mehreren Drachen das Handwerk zu legen und die erforderliche Menge Drachenblut zu sammeln. Als nächstes fand ich eine verlassene Mine. Ich habe bereits eine Vermutung über das Stück Eis. Dieser Unruhestifter lebt also hier. Und schaut, wie riesig er ist. Nun, lasst uns ihn töten. Ups. Er scheint groß und gefährlich zu sein, aber er steckt fest. Also ist es in Ordnung, er kann uns nichts antun. Nehmen wir ihm jetzt einfach die Beute weg. Autsch. 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 Ja und... Vergiss nicht, den Schädel zu nehmen. Grüner, lass los. Ja, und ich habe hier eine Menge Leckereien gesammelt. Ich denke, je mehr Drachen, desto besser die Truhen. Gehen wir also zurück zur Basis. Haha, verpasst. Ja, und ich sehe, dass diese Zombie unser Schwert testen will. Na, fühlst du dich wärmer, Idiot? Endlich haben wir genug Drachenblut gesammelt. Also lasst uns gleich Stahl herstellen. Schalten wir den Gefrierschrank ein. Ups, endlich. Es hat definitiv keine 10 Minuten meines Lebens gedauert. Definitiv. Lass es uns gleich basteln. Und das ist ein episches Aussehen. Ich kann es im Moment nicht ertragen, wie die Schmiede aussieht. Also lass es uns schnell dekorieren. Tadaa, jetzt sieht sie aus wie eine echte Schmiede. Wie ihr sehen könnt, fehlt etwas in der Mitte. Und ich denke, ihr habt schon erraten, was? Richtig? Wir haben nicht mehr viel Zeit. So begann der einfache Speedrun auf der Suche nach Dracheneiern. Puh, ich hab es schon satt, diese Drachen zu töten. Wenn jetzt kein Eye drop, verdammt nochmal, dann lösche ich einfach Minecraft. Puh, verdammt. Puh, endlich. Ich dachte, es sei unmöglich. Übrigens, während wir hier sind, sammeln wir Materialien für Drachennester. Besorgen wir uns auch diese Fichte. Ich hab hier auch ein Unterwasserdenkmal gefunden. Ich denke, es wäre cool, Prismenblöcke zu sammeln. Also machen wir es schnell. Keine Kommentare. Gut, ich hab jetzt Plan B. Okay, Brudi, du wirst mir bei etwas helfen. Bleib jetzt hier, ich lass dich später gehen. Ähm, eigentlich nicht. Na gut, wir können weitergraben. Alter, machst du Witze? Äh. Nun, das hat nicht schnell geklappt. Also beschloss ich, diese Fische zu sammeln und ihnen den Krieg zu erklären. Äh, was? Ich hatte Angst vor meinem eigenen Anzug. So, wir müssen das aufräumen. Lassen wir es im zweiten Stock stehen. Äh, ich hasse es. Der alte Wächter sollte irgendwo hier sein. Ah, da ist er. Um die Wirkung dieses Löffels zu beseitigen, müssen wir drei dieser Fische töten. Stirb. bada-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Wah. Hallo. Puh, hm. Noch einer übrig. Ah, stirbt schon ein neugiger Teufel. Auf Wiedersehen, nerviger Fisch. Also, lasst uns endlich in aller Ruhe die Prismenblöcke besorgen. Auf dem Heimweg fand ich ein Skelett, aus dem ein kleiner Schädel herausfiel. Wups, ich höre hier einen Drachen unter der Erde. Also lasst uns gleich nachforschen und sehen, ob ich recht habe. Okay, das kommt mir bekannt vor. Wow, schaut euch diese Schönheit an. Oder besser gesagt, die Schönheit, die hier lebt. Äh, was? Ach, Herrgott. Lasst uns schnell die Klappe halten. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst hierher gekommen. Und ja, ein graues Ei fiel von ihr. Also lasst uns es schnell schnappen. Lasst mich einfach mein Ei nehmen. Wir haben das graue Ei, lasst es hier abhauen. Und dann beschloss ich, diese Höhle weiter zu erkunden. Nach etwa fünf Minuten fand ich ein weiteres Nest. Also mal sehen. Ho, ho, ho. Schaut euch den Riesen an, der hier lebt. Haha, ich hab eine Idee. Lasst uns etwas Dynamit auf ihn werfen, das wir haben. Alter, fang! Seht euch das an. Der Drache war definitiv nicht bereit für eine solche Wendung der Ereignisse. Okay, machen wir ihn wie immer mit einem Bogen fertig. Ups. Und wir müssen nicht einmal eine Grube grabben. Also, was? Der ist am Leben? Nein, nein, nein. Grüner, geh in die Grube. Au. Haha, warte. Ich hab ein Loch gemacht, da ist noch ein Drache. Schau, verschwinde. Was? Aber zuerst lasst uns diesen hier plündern. Schaut euch einfach an, was wir haben. Das letzte Drachenei. Nun, und endlich lasst uns diesen besiegen. Es scheint der größte Drache zu sein, dem wir begegnet sind. Er hat kein Ei fallen gelassen, aber das ist nicht mehr wichtig. Als nächstes kehrte ich schnell zur Basis zurück, hab vier Ei ins Wasser geworfen und fing schnell an, Nester für unsere Drachen zu bauen. Grünes Schwein! Nun, lasst uns überall Schnee verteilen. Das erste ist fertig. Das nächste Nest wird aus Blaumeis gebaut. Sieht sehr gut aus. Jetzt lasst uns einfach Schnee verteilen. Nun, ja, mir gefällt's. Haha, na, hier haben wir eine ganze Drachenarmee. Ich möchte keine Probleme mit dieser Bande haben. Nun, und jetzt bauen wir das letzte Biom. Ich habe mir hier nicht die Mühe gemacht, mir etwas einfallen zu lassen. Hab gerade blaues Eis platziert. Hoffentlich wird es ihm nicht zu heiß. Jetzt müssen wir nur noch unsere kleinen Drachen ansiedeln. Äh, was? Haha, ich wusste nicht mal, dass du das kannst. Haha, er sieht sehr süß aus. Willkommen, mein Freund, im neuen Nest. Mir ist auch gefallen, dass mir ständig die Kraftwirkung zuteil wird. Ich verstehe, dass unser feuriger Freund darin verwickelt ist. Okay, lasst uns alle anderen Drachen bewegen. Beenden wir den Zaun. Bereiten wir mehr Drachenfutter vor. Also, also haben wir alle Eisdrachen versammelt. Unser Zoo sieht schon ziemlich episch aus. Aber trotzdem fehlt hier jemand. Insbesondere die schwierigsten Blitzdrachen. Ich weiß nur, dass sie am gefährlichsten sind. Und dass wir einmal in der Savanne einem begegnet sind. Hallo, wie geht es dir mit den Schildkröten? Oh, was zum Teufel? Lasst uns keine Zeit verschwenden und direkt in die Höhle gehen. Oh, endlich sehe ich etwas Vertrautes. Schauen wir es uns an. Autsch! Oh, oh, oh. Etwas sagt mir, dass dort ein Drache lebt. Nimm das! Nimm das! Oh, jetzt verstehe ich's. Oh, dieser Drache ist wirklich wütend. Stirb einfach schon! Aufleuchten! Kein Lug schon mit deinem verdammten Blitz! Oh, endlich! Oh, dieser Unruhestifter hat die ganze Höhle zerstört. Wie auch immer, lasst uns den kleinen Drachen ausziehen. Und ja, ein lila Ei ist gefallen. Also erkundete ich weiter die Höhle und suchte nach Drachen. Ja, Diamanten. Wow, es ist so schön hier. Noch schöner wär's, wenn ein Drache in der Nähe wäre. Und nach etwa fünf Minuten Wandern sah ich wieder etwas sehr, sehr Vertrautes. Okay. Schau, wer hier schläft. Scheint, als wäre er ein Trottel. Aber das ist mir egal. Oh, mein... Was? Was? Warum sind es so viele von euch? Und diese beiden verdammten Gangster auch. Lasst uns diesen Unruhestifter ausziehen. Und ein braunes Ei fiel herunter. Zurück an der Basis habe ich die Eier gepflanzt, doch der Prozess verlief überhaupt nicht wie erwartet. Schauen wir uns an, was das Buch dazu sagt. Oh nein, ist das ein Witz. Sie müssen im Regen wachsen? Das bedeutet, dass alles vom Zufall abhängt. Auf Regen zu warten wäre albern, also suchen wir weiter nach Eiern. Schließlich nach ein paar Drachen bekam ich ein blaues Ei. Oh, Alter, du nervst mich. Versuchen wir uns ihm von hinten zu nähern und... Ah, geh weg, du Idiot! Schließlich starb er. Ah! Aber das Nest dieses Kerls zerfällt bereits. Jetzt zerlegen wir auch seinen Becher. Auf geht's! Als nächstes sah ich eine weitere verdächtige Struktur unter Wasser. Ich glaube, hier lebt ein Drachenbaby. Also, hallo. Oh, ups, mein Fehler. Nun lasst uns ruhig hierher gehen an einen sicheren Ort. Oh, verdammt, geh weg! Ah, ah, verdammt! Nein, nein, nicht heute, Mann. Nicht heute, ah, ah, verdammt, verdammt! Geh weg! Verlier dich! Ah, komm schon, komm schon, stirb schon! Puh, es war ein sehr epischer Kampf, weil er zufällig war. Was willst du, verdammte Spinne, kühlen? Ha, schau dir all das Zeug an, das von ihm gefallen ist. Endlich haben wir alle Eier. Wir müssen nur noch auf ein Gewitter warten, bis sie schlüpfen. Nun, während wir warten, bauen wir eine Beleuchtungsschmiede. Ah, Hölle! Äh, kurz gesagt, die Schmiede. Aber sie ist nutzlos, denn wenn es nicht regnet, gibt es keine Drachen. Ich mach mir Sorgen und hoffe, dass ich alles rechtzeitig schaffen kann. Na, solange wir Zeit haben, lasst uns Blöcke für die Beleuchtungskäfige besorgen. Besorgen wir zunächst Sand für violetten Beton. Lasst es uns so ausgraben, dass es wie eine Standardgeneration aussieht. Äh, ich denke, es ist großartig geworden. Als nächstes hab ich lila Giode ausgegraben. Ah, ich liebe diesen Sound. Einfach zuhören. Blumen werden auch zum Färben benötigt. Wow, es ist eine Art Wunder! Es regnet, hurra! Na ja, na ja, sie scheinen es zu genießen. Ja, während sie schlüpfen, sollten wir keine Zeit verschwenden und Käfige für sie bauen. Ja, dieser Bettler kam zu Besuch, obwohl, Moment, es ist nicht gerade ein Bettler. Wir werden diese Früchte später brauchen. Wofür? Das erzähl ich dir etwas später. Danke, Alter, für den netten Tausch. Ich denke, es wäre cool, diese Korallen als Bodenbelag für dieses Biom zu verwenden. So sieht es aus. Oh, das hab ich vergessen. Ich bin ein kompletter Idiot. Und das nicht nur, weil ich ein albernes Kostüm trage. Aber die Idee mit den Riffen gefiel mir, also beschloss ich ein paar Korallen zu kaufen. Und natürlich, was wären wir ohne dich, nerviger Wurm? Nun sind alle Materialien gesammelt, jetzt müssen wir nur noch die Blöcke platzieren. So, die Biome sind fertig und schaut, wer hier geschlüpft ist. Also, lasst uns sie in ihrem neuen Zuhause unterbringen. Und natürlich füttern wir sie auf die gewünschte Größe. Uff, und nun, endlich haben wir alle Drachentypen. Schaut euch nur an, wie episch dieser Zoo geworden ist. Grünes Schwein! Du bist immer unterwegs. Haha, dieses geletterte Pech. Uns fehlt ein Drache für den Elektroofen. Aber heute ist bereits der 99. Tag und... Hey Leute! Ich habe also eine Idee, wie wir schnell an ein Blitzdrachenei kommen können. Erinnert ihr euch an die Blumen, die wir auf der ganzen Welt gesammelt haben? Jetzt werden sie sich als nützlich erweisen. Sie sind genau das, was wir brauchen, um Drachensuppe zuzubereiten. Jetzt müssen wir ein Weibchen und ein Männchen finden. Aha, du bist ein Mädchen. Und hier ist ein netter Junge. Ich denke, ihr werdet das perfekte Paar abgeben. Jetzt warten wir, bis sie aufwachen. Oho, wohin gehst du? Oho, also lasst uns ein romantisches Abendessen für sie organisieren. Versuchen wir das? Ja, und wow. Was dann passierte, kann nicht auf YouTube gezeigt werden. Aber am Ende haben wir ein weiteres Ei bekommen. Wow, Alter. Äh, ah? Danke. Haha, wusste nicht, dass du das kannst. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Der Drache wird euch nun alle Idioten vernichten. Haha, ich hätte nicht gedacht, dass diese Drachen so cool sind. Hä? Hahaha. Das Einzige, was er ein wenig durcheinander gebracht hat, ist unsere Basis. Nein, 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 tu das nicht. Verdammt, nein, der Drache wird hier Chaos anrichten. Oh, die Situation ist etwas außer Kontrolle geraten. Ich weiß nicht, wie ich es stoppen kann. Er fliegt diesen Phantomen einfach hinterher und zerstört alles um ihn herum. Oh, kurz gesagt, ich habe gegoogelt und herausgefunden, dass wir eine Drachenflöte machen müssen. Also, ähm, ja, er steigt ab. Ich hoffe, dass diese Situation nicht noch einmal passiert. Also habe ich die Basis schnell wieder hergestellt. Hä? Es scheint, als wäre das Drachenbaby geschlüpft. Bringen wir ihn direkt zur Schmiede. Wow, es sieht beeindruckend aus. Nun, alles ist bereit. Lass es uns starten. Wow, das sieht verdammt episch aus. Scheint, als hätten wir hier einen Dieb. Bruder, gib es zurück. Ich hätte fast vergessen, die Panzerung aus Blitzstahl zu testen. Und bumm, so sieht sie aus. Außerdem habe ich ein Lichtschwert hergestellt. Mal sehen, wie es funktioniert. Oh, okay, nun das nenne ich ein echtes Schwert. Ja, wie ihr schon vermutet habt, habe ich es in 100 Tagen überhaupt nicht geschafft. Ja, ich bin ein völliger Verlierer. Ich bin bei dieser Herausforderung völlig gescheitert. Aber ich möchte unseren Plan trotzdem zu Ende bringen. Also lasst uns jetzt einen Trophäenraum bauen. Allerdings macht der Fluss unsere Pläne irgendwie durcheinander. Also... Halten wir es einfach. Und... Bumm. Fertig. Im Inneren sollte genügend Platz für alle unsere Trophäen sein. Buh, wir haben eine ganze Doppelkiste voller Schädel. Sogar ein Skelett. Dann fing ich an, alle Schädel in den Trophäenraum zu bringen. Ich schätze, ich habe die Größe dieses Raums etwas falsch eingeschätzt. Ich kann nicht glauben, dass wir so viele Drachen besiegt haben. Es fühlt sich an, als würde an diesem Ort etwas fehlen. Lass uns ein paar Melodien einschalten. Äh, nice. Und los geht's zum Quarzabbau. Okay, das sollte reichen. An dieser Stelle denke ich darüber nach, einen riesigen Drachenschädel zu bauen. Und bumm. Äh, na, ohne eine gute Melodie geht nichts. Sieht jetzt viel besser aus. Schaut euch dieses Ding an, das ich gebaut habe. Noch eine kleine Aufgabe übrig. Im Moment ist es eigentlich ziemlich klein. Ich habe dieses Drachenbaby absichtlich hier versteckt. Lasst es uns jetzt auf die maximale Größe vergrößern. Diese Hühner hatten es in dieser Serie schwer. Ich hoffe, zweieinhalb Stapel werden ausreichen. Nun, lasst uns diesen Bastard füttern. Ohoho, und hier ist die maximale Größe. Haha, er ist wirklich riesig. Versuchen wir nun darauf zu fliegen. Nur damit du es weißt, ich bin auf dem Rücken, winzig klein. Okay, lasst uns fliegen. Und hohohoho, wow, das war was. Nun, unser Plan ist in 100 Tagen endlich umgesetzt. Naja, fast 100 Tage. Wir haben eine Menge Drachen getötet und unseren eigenen Drachen Zoo gebaut, in dem alle Feuer, Eis und sogar Donnerdrachen untergebracht sind. Wir haben unseren Trophäenraum gebaut. Und auch unser größter Megadrache ist gewachsen. Aber es gibt immer noch viele Dinge auf dieser Welt, die wir nicht getan haben. Zum Beispiel... Nun, macht euch bereit, Bewohner dieses Schlosses. Aber das wird in den nächsten Folgen passieren. Also bis später.